Ich weiß gar nicht, wie lange ich gewartet habe, bis ich dieses Video veröffentlichen durfte. Ich habe es schon eine ganze Zeit lang bei mir auf dem Rechner. Guinan hat eine neue Uhr im Einstiegssegment veröffentlicht und heute darf ich das Video veröffentlichen und bin einer der Ersten, der diese Uhr auf YouTube zeigen kann. Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einer Uhr, die jetzt gerade erst auf den Markt gekommen ist. Ich habe das Material schon eine ganze Weile und habe mich richtig gefreut, sie euch endlich zeigen zu können. Guinan hat eine neue Uhr im Einstiegsbereich zur Marke Guinan gezeigt. Es handelt sich um die Flight Officer mit einem Preis von um die 1000 Euro. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe, war der Preis noch nicht hundertprozentig definiert. Er liegt knapp über knapp unter 1000 Euro, also wirklich der Einstiegsbereich von Guinan, was aber nicht heißt, dass die Uhren nicht wertig sind. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, ein beschichtetes Saphirglas, eine Anstoßbreite von 20 mm und eine Gesamtbauhöhe von ca. 11 mm. Verbaut ist das Selita SW-220-1 in der Top-Ausführung, hübsch dekoriert und wirklich sehr wertig gemacht. Mit dem Preis von 1000 Euro ist das eine Kampfansage und setzt sich deutlich von den Chodografen und auch den anderen Uhren ab. Mit 42 mm sollte die Uhr wirklich beinahe an jeden Arm passen. An meinem 17 cm Handgelenk sieht die Uhr immer noch gut aus, auch wenn ich persönlich bei Uhren ohne Lünette bzw. ohne Drehlünette einen etwas kleineren Durchmesser bevorzuge, finde ich trotzdem, dass die Uhr eine gute Figur macht und sich wirklich angenehm trägt und damit bei den meisten Armen weder extrem zu groß noch extrem zu klein sein dürfte und damit ein gutes Mittelmaß für viele Kunden darstellen sollte. Die Uhr hat, wie viele von euch wahrscheinlich schon gedacht haben, eine Ähnlichkeit zu einer bereits im Portfolio enthaltenen Uhr der Flight Engineer. Dazu komme ich gleich etwas später im Video nochmal, die beiden Uhren sind sich wirklich ziemlich ähnlich. Zwischen der 4 und 5 Uhr Position befindet sich ein kleines Datumsfenster. Das Saphirglas ist mit einer Anti-Reflexionsschicht versehen. Auf der Rückseite gibt es einen Gehäuseboten, der den Blick auf das schön dekorierte Werk freigibt. Und die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht, da die Krone in Anführungsstrichen nur eine Zug- und Druckkrone ist und nicht verschraubt ist. Die Zeiger und die Indizes sind mit der Leuchtmasse X1-C3 versehen und damit sind wir dann am oberen Ende dessen, was möglich ist. Extrem hell, extrem lang anhaltend. Leider kann ich euch keinen Nightshot zeigen, kein Leuchtbild, weil ich diese Aufnahmen bei Guinan im Verkaufsraum gemacht habe und das Reinfilmen in die Schwarzbox nicht ganz einfach ist. Ich zeige euch auf Wunsch einiger Zuschauer neuerdings auch immer gerne, wenn ich dann denke, die Zeigerstellung, die hier für mich absolut perfekt ist, sehr gut passt. Wenn es nicht genau auf die 12 zielt, liegt es daran, dass ich die Uhr etwas schräg halten muss, weil ich diese Bilder bei Guinan gemacht habe, mein Lichtzelt nicht dabei hatte und immer versucht habe, die Reflektionen des Deckenlichtes etwas auszublenden, damit man mehr Uhr und weniger Deckenlampe sieht. Ich finde die Uhr wirklich schön gemacht und sie ist aufgrund der Schlichtheit, der klaren Gestaltung des Ziffernblattes, der Zeiger und der Ziffern- bzw. Indizes sehr gut ablesbar, was sich anhand der Leuchtmasse mit Sicherheit auch über Nacht fortsetzt. Das Gehäuse ist gebürstet bzw. mattiert und zwar mit horizontalem Strich, was mir sehr gut gefällt. Viele Guinan-Uhren waren in der Vergangenheit vertikal gebürstet. Hier haben wir ein horizontal gebürstetes Gehäuse, was ich persönlich sehr viel schöner finde und der Strich ist auch, soweit ich das gesehen habe und einschätzen konnte, etwas feiner ausgeführt, was nach meinem Empfinden die Uhr optisch aufgewertet hat und in einen Bereich bringt. Ein kleines bisschen zwischen Toolwatch und Tooliger Dresswatch. Hier haben wir einen direkten Vergleich zwischen der Flight Officer auf der linken Seite mit 42 mm Durchmesser und der Flight Engineer auf der rechten Seite mit 40,6 mm Durchmesser. Wenn man das Ziffernblatt betrachtet, dann ist glaube ich ganz klar, dass die Uhren ähnliche Gene haben. Die Lunette ist selbstverständlich eine andere und auch am Arm ist das Erscheinungsbild deutlich unterschiedlich, was nicht nur an den 1,4 mm Unterschied liegt, sondern selbstverständlich auch an der Drehlünette und dem dadurch etwas kleineren Ziffernblatt bei der Flight Engineer und dem größeren flächigen Ziffernblatt bei der Flight Officer. Mich würde echt total interessieren, was ihr von der Uhr denkt, denn mit einem Preis von 1000 Euro glaube ich, dass die Uhr eine wirkliche Kampfansage ist. Mir gefällt die Ausstattung. Ich weiß nicht, ob das Stahlband der Flight Engineer an die Flight Officer passt, weil der Radius des Gehäuses ja etwas anders ist, aber ich persönlich würde an die Flight Officer mit dem Erscheinungsbild wahrscheinlich sowieso eher ein Lederband als ein Stahlband machen, weil ich glaube, dass es bei der Uhr einfach besser passt. Insgesamt eine Uhr, von der ich glaube, dass sie für viele die eine Uhr sein könnte. Wenn jemand eine gute Uhr sucht, die nicht exorbitant teuer ist und sie jeden Tag tragen möchte, findet man hier eine Uhr, die wirklich alles mitmacht und die man viele Jahre sorglos tragen kann. Und das dazu bei jeder Gelegenheit. Beim Pool, beim Grillen und auch bei etwas festlicheren Anlässen hätte ich gar keine Bedenken, diese Uhr zu tragen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet und auch, was ihr von dieser Art von Videos haltet, wo ich in dem Verkaufsraum ein Video mache, vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet, ohne Lichtzelt, ohne Lightshot, dafür schnell am Markt, würde mich sehr interessieren. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und wartet auf meine nächsten Videos, die bald kommen werden. Bis dahin, tschüss, euer Axel.